So, sind wir hier, sind wir da, haben wir erstmal die Geschichte. Gut, als nächstes Schaufel. Was wir ja als nächstes machen wollen, ist quasi das Feld unter Ausheben. Wenn wir da ja natürlich komplett wässern wollen. Ich mach das grad wieder irgendwie zu viel nebeneinander. So, machen wir jetzt trotzdem, was soll das? So, hier. Tak, 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 tak. Wär vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich jetzt hier erstmal quasi die Ecken setze. Ähm, das wäre jetzt natürlich, nein, vielleicht gar nicht so sehr. So. Genau, vielleicht ist das wirklich gar nicht so doof jetzt schon. So, 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 so. Okay. Ob das jetzt mit Schaufel so viel schneller geht, weiß ich gar nicht. Wir probieren's trotzdem mal. Also mit Slaps geht's nicht. Schade eigentlich. So. Kann das sein, dass gerade irgendwie immer ein Holz überbleibt? So, Schaufel, Schaufel. Ich packe ich mal da unten hin. Ich muss hier grad momentan nur Erde wegabtragen. So. Upsale. Das war einer zu viel. Da setzen wir die Erde doch gleich wieder rein. So. Erde. Und Fluff. Da ist alles in Ordnung, genau. Und gehen wir wieder auf die Schaufel. So. Und ziehen das Loch durch. Hier sind wir bei dem Loch, genau. Und das heißt, da darf ich jetzt nicht rein, sondern ich muss hier rein. So. Was ich vorher allerdings machen sollte, ist, das fällt mir gerade auf, ich hab da oben ja quasi im Prinzip einen Endlos See. Einen Mini-Endlos See. Beziehungsweise ich hab ihn noch nicht. Aber ich will einen haben. Dann kann ich da nämlich noch wahrscheinlich einfach das Wasser aufmachen. Und dann ergießt sich das hier über die gesamte ähm gesamte gesamte Sache hier. was ich ja durchaus als erstrebenswert empfinde. So. Dann brauche ich nämlich nicht so viel hin und her laufen und mit Wasser befüllen, sondern da befülle ich einfach mal da oben einmal. Hoffentlich. Das ist zumindest meine Illusion. dass das dann einfach so geht. Und dann ergießt sich dieses Wasser hier in diesen gesamten Bereich und ich bin glücklich und musste nur dreimal hin und her laufen statt 759 Mal. So. Es tut mir ja natürlich furchtbar leid, das hier mit dieser Erde abarbeiten. Das ist, ähm, nicht unbedingt die unterhaltsamste Tätigkeit und ich bin dabei ja auch nicht unbedingt am gesprächigsten. Weil ich ja eh irgendwie keine Ahnung. So. Es ist jetzt übrigens inzwischen wieder ein bisschen kühler. Es dufte jetzt so um die... Ich habe meine PC-Uhr natürlich aus. Ja, toll. Aber meine andere Uhr sehe ich auch nicht, weil ich das Licht aus habe. Ähm, würde irgendwie Mitternacht sein oder sowas. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen runtergekühlt, es ist nicht mehr so heiß und dann kann man auch in Ruhe ein bisschen zockeln. So. Zack. Zack. Da sollte ich ja auch noch. Fällt mir gerade auf. Zack. So. Hier, 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 hier. Oh, Kohle. So, dann muss ich da aber auch wieder zumachen. Aber ich denke, Erde reicht. Werde ich jetzt eh einiges haben. So. Okay. Das heißt, dich mache ich weg. Und dich mache ich weg. Dich mache ich weg. Dich mache ich weg. Und dich mache ich weg. Den darf ich nicht wegmachen. Da ist er nämlich schon untererdet. So. Aber dich kann ich wegmachen. Und dich. 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 So. Wo ist jetzt das nächste Wasser? Das nächste Wasser ist wahrscheinlich bei mir jetzt da hinten. Hinterm Haus. Komme ich da hoch? Äh, verdammt. So, mit Sicherheit nicht. Komme ich so da hoch? Ja, schön. So, dann haben wir da einen kleinen Pool. Den wir gleich mal lustig mit Wasser befüllen. Und die Sonne geht schon wieder unter. Ich hoffe echt, dass dieses Wasser da hinten jetzt wirklich endlos Wasser ist. Und ich meine, seh nicht langsam wieder aus. Lärm. So, einmal dich. Inventar. Und dann nehme ich doch mal dich hier. Äh, Swoof. Inventar. Ich könnte mir eigentlich mehr Eimer machen. Kann ich mir eigentlich Steineimer machen? Äh, die Kohle will ich eigentlich... Ach komm, die nehmen wir jetzt auch mal gleich mit. Ich werde hier eh noch was anderes machen. So, das Loch lassen wir mal. Da werden wir später rein stolpern. Aber dann denke ich vielleicht dran, dass ich hier um dieses Haus rum alles ein bisschen verändern werden muss. Äh, werden... ...werte. So, werde ich einfach. Okay. Dann du. Da ist endlos Wasser, das ist schon mal schön. Und... ...du hier. So, ob da hinten jetzt endlos Wasser ist, sehe ich jetzt natürlich nicht. Aber ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Da wächst Gras. Das ist auch nicht schlecht. Mache dich doch mal weg. Mache dich mal weg. Mache dich mal weg. Ich darf nur nicht verpeilen, dass ich hier dann nicht mehr rauskomme. Naja, komm, da kann man ja auch Stufen reinmachen, das ist ja auch alles halb so wild. So, machen wir dich mal weg und... ...dich machen wir weg. ...dich, dich, 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 dich und dich. So, das hat irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. Okay. Aber das hier ist wenigstens immer noch endlos Wasser. Zack. Und zack. Und dann sage ich doch mal hier... ...öh... ...zack. Und... ...da. Okay. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal endlos Wasser, das ist auch nicht schlecht. Ähm... ...dann kann ich hier nämlich langsam den... ...Pool ohne große Probleme auffüllen. Ähm... ...da knall ich dich hin. Genau. So. Ähm... ...zack. Und... ...zack. Dann knall ich dich da hin. Kriege ich das dann hier auf endlos Niveau? Nee. Aber fast so, aber jetzt auf jeden Fall. Das ist echt doof mit dem Zeug im Hals, ey. So. Und dann nehme ich dich nochmal und... ...dich. Und dann werden wir endlich mal. Also eins, zwei, drei. ...zack. Das heißt, ich mache das so. Fluff. ...tamm, tamm, tamm, tamm. ...zack und... ...zack. ...zack. Fluff. ...zack. Fluff. ...zack. ...fluf. ...fluff. ...zack. Na ja, sagen wir mal grenzwertig. So. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder in aller Ruhe... Tjum, tjum. So, hier kommt auch noch Erde hin. Und dann... Fluff, fluff. So, fluff, fluff, fluff. Äh, da, da, da. Weg mit dir. Da, da, da. Ich glaube, ich muss mir echt eine neue Maus besorgen. Ist eh so ein billig Ding. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Tam, tam. Also, ich muss jetzt bloß eben dran denken, dass ich dieses Feld schon bestellt habe. Also, nicht bestellt, sondern... Ja, jetzt wächst der Spaß auch. Das finde ich schön. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Zack, zack. Ah. Das ist echt ätzend. Geht mir voll auf den Keks. Bam, bam. Du kommst weg und du kommst weg. So, so, so. Hier einer, hier einer, hier einer. Da, da, da. Und da. Weg mit dir. So, was ich jetzt eigentlich schon fast will, aber die habe ich jetzt nicht da, ne? Und da werde ich jetzt auch keine neue bauen, weil da habe ich eigentlich schon genug. Na, komm. Zack, zack, zack und zack. Zack, das ist doof bei Nacht, da sehe ich gar nicht wirklich so richtig. Wobei ich ja da was gegen tun kann. So. So. Da. Da. Und hier. So. Ah, warte mal. Da bin ich noch gar nicht hundertprozentig bei Wasser. Das können wir so nicht gelten lassen. Fluff. Okay. Perfekt. Ähm. Hier hoch. Und da wieder zu. Bam. Okay. Gut. Dann. Können wir hier wieder zubauen. Bau. Bau, Bau. Bau, Bau, Bau. Bum, bum, bum. Bim, balim, ba, bam.